Hallo, ich grüße die Schützen und wünsche allen ein unvergessliches Schützenfest. Nach zwei Jahren Abstinenz wird das so richtig schön gefeiert. Nach dem Gedenken am Ehrenmal marschiert das Bataillon zum Festplatz. Dort wird der Zapfenstreich gespielt. Die Führung übernimmt der Spielmannszug und die Musikkapelle Weber. Dann marschiert der Oberst, Christoph Neumann, und seine Vorstandsmitglieder. Danach kommt der Hof, natürlich zuerst das Königspaar. Jürgen Schütte und Tanja Kerkmann-Schütte. Danach folgt das CERMO-Paar, Michael und Melanie Frank. Weiter sind im Hof Rudolf Reiling und Sabine Kleine. Dann folgt Manuel und Sandra Blotenberg. Das nächste Paar ist Michael und Jutta Armedick. Danach folgt Sebastian und Solveig Wolf. Ich wünsche dem Hof ein tolles, unvergessliches Schützenfest. Hinter dem Hof marschiert natürlich die Wartekompanie. Die Wartekompanie ist nun zweimal hintereinander die Königskompanie. Diese Schützen ist eine Abordnung der Westernkompanie aus Paderborn. Langjährige Freundschaft zwischen diesen beiden Vereinen. Hier nun die Fahnen-Schwenker, die ihr 40-jähriges Jubiläum feiern. Die Fahnen-Schwenker haben schon sehr viele Preise gewonnen. Jetzt spielt der Spielmannszug und die Musikkapelle aus Alphen. Auch eine lange Freundschaft zwischen diesen Vereinen. Und nun kommt die Schlosskompanie, die natürlich auch in den letzten Jahren viele Könige gestellt hat. Man muss auch gönnen können. Ich wünsche nochmal allen Schützen ein wunderschönes Schützenfest. Und grüße euch mit einem einfachen Hohi-Do. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.